hallo meine freunde weiter geht es ja mal leider wieder nicht dabei böse schule böse schule ein jammer hat nicht mit schule momentan ziemlich zu tun da können wir nichts daran ändern aber wir haben einen plan wir wollen eine keller bar bauen mit einem geheimgang das heißt hier müssen dann so pistens hin die sich zurückschieben und dann soll hier sich noch eine stufe schieben so zumindest habe ich das geplant das auf deutsch muss auch ein piston hin der muss ein bisschen weiter rein geht das überhaupt muss man gerade gucken ja wir sollten da nichts in konflikt geraten wie das sollte gehen ja schon nach oben weil da wurde ich ja sowieso gefragt was habe ich was durchsuche dein inventar durchsuche dein inventar was brauchen wir für unseren plan bestens bestens ja so okay die kommen dann so da dran ja bin ich noch richtig so ich denke ich denke dass da ich denke dass da vier bestens reichen so das müssen wir hier noch so dann muss ich hier warte mal warte mal warte mal so juhu kupfer haben wir überhaupt nichts davon ist der hier ich muss mal zählen machen so dann kann ich noch nicht setzen so dann muss hier wenn der rausschiebt und das da muss die treppe drauf da muss die treppe drauf genau das mache ich anders gar nicht gar nicht hier weg 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 die treppe lasse ich von unten nach oben schieben einfach nur also das wird ein relativ einfaches system so jetzt muss ich nur hier mal können wir das auch zwei breit machen die treppe ja theoretisch ja möchte ich aber nicht weil es dann wieder kompliziert macht aber das ist doch interessant für die zuschauer ja das mag ja sein das mag ja sein aber ich hab die hoffnung dass ich das in einer folge schaffe naja wir haben ja ein paar folgen zeit erstmal hier so ein bisschen nach hinten gehen ach so da war schon der letzte piston ja hast du gedacht ich wusste dass du kommst hey da ist ja noch einer ach viel spaß damit so ne die sind schon erledigt auch schade so also hier muss ich ein bisschen nach hinten mann ich weiß immer nicht wie das zeug auf deutsch heißt vielleicht kriege ich es auch nochmal im kopf und ändere es dann doch wieder ab so bis dahin muss ich das heißt hier noch ein bisschen Platz dass ich dann doch eine zweier treppe mache mhm fände ich auf jeden fall geiler zum runterlaufen und so so ach weißt du was ich mache weil dann müsste ich das system von beiden seiten machen dann müsste ich von dieser seite auch ein system mit anbinden ja aber das ist anter und cooler und bessere treppe geht nicht geht nicht weil hier direkt das wo ich bräuchte dann nicht den platz dahinter geht nicht geht nicht weil ich muss ja dann von hinten zwei pistons nach vorne durchsteuern ich habe zwar noch ein anderes system mal getüftet gehabt und aber das habe ich jetzt nicht im kopf das würde auch zu lange dauern das würde massiv das würde über mehrere folgen gehen bis ich das wieder raus habe das möchte ich möchte ich nicht okay also ich will nicht zig folgen dann da rumtüfteln ähm ah gut das brauche ich gerade jup dachte ich mir wir haben ja sowieso eine konsole hier ne so ähm ja oben aber so ist das zeug gleich fertig gecraftet und alles ähm redstone 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 ich brauche fackeln fackeln hier einen hebel packen wir auch ein das mache ich mal raus hier fackel halt den weil ich mal mal eine blit bei mir dein ernst ähm kohle so und ich mache mal c aus und da war die energie leer so taggeaubig so ähm wo haben wir denn das ganze zeug also der plan ist dass hier muss ich wieder da hin treppe muss ich machen treppe muss ich machen äh aus was wollen wir die treppe machen aus was für material ähm es kommt darauf an wie die bar aussehen soll mit decke und allem ähm also ich habe mir überlegt wir machen die bar im blutholz blanken mit weißen äh akzenten du und deine blanken das ist eigentlich die idee also wenn du weiße akzente rein willst ja aber der fußboden soll ja anders werden das heißt äh warte mal äh korallenblock kann man daraus irgendwie was craften geht das korallenblock nein nicht 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 also keine treppen willst du ein bisschen dunkleren boden dann haben sieht man den dreck nicht so drauf genau ne nein das ist eigentlich Eis nee Eis nicht äh jetzt die Dinger schauen geil aus rotfelsstein pflaster ziegel treppe biomes aplenty ach nö das ist das biome haben wir ja nicht äh oder wir machen tatsächlich einen hellen fußboden rein aus geisterholz können wir auch machen sieht bestimmt gut aus als oder wir machen einen rosa fußboden rein ne ne das geisterholz nehme ich als akzent zu dem roten und treppe da müssen wir mal überlegen mhm 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 gar nicht so einfach ne mhm so und ich geh jetzt mal hier hoch und lad mein ding hier wieder auf okay jetzt äh wenn ich treff japanisches kirschblütenholz ne äh äh geisterholz wolltest du haben jakaranderholztreppe genau äh haben wir noch äh haben wir noch jakarander noch weiteres ähm äh warte mal jac jo ja gut dann kann man den fußboden da draus machen okay dann machen wir die treppen auch so schaut fast aus wie Eiche so na also bei mir nicht finde ich naja doch schon ein bisschen nein eigentlich nicht ne so machen wir das dann mal um die hier da hin und Eiche daneben also erst einmal da kommt ja Eiche die dann hochgeschoben oder wir können sie auch von hinten rausschieben lassen das geht auch das geht eigentlich auch naja ist ein bisschen ne rosa ne variante von Eiche so ja okay gut machen wir hier so so ein bisschen tiefer kann es ruhig gehen das wollte ich jetzt eigentlich nicht ähm ja karander da da nehmen wir die mit und machen uns noch eine kleine Säge genau die Höhe nehmen wir noch an nein wir haben natürlich keine mehr drinnen was haben wir nicht mehr Säge keine Säge mehr so unser Verschleiß an Sägen ist ach dafür muss mich werde hier immer ich ja so weil ich muss ja bedenken die Stufe wäre normalerweise hier vorne das heißt die nächste Stufe muss dann da hin da da nicht da hin da so jetzt kommen wir noch sauber hoch ja prima Sache da schmeiß ich meinen Dreck hier mal auf den Fußbogen dahinter muss dann noch ein Pisten und wieder die Meter Pisten 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 da haben wir ja hallo hallo so jetzt muss ich gucken wahrscheinlich muss ich den Fußboden ein bisschen mehr aufreißen damit ich hier ein bisschen Platz habe um mich zu bewegen ähm Sachen aufreißen kann ich machen äh nein 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 lass mir die äh alter was denn Mist hier nicht dass die hier alles abreißt das traue ich dir zu oder meinst du den hier nein 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 bitte nichts abreißen was ich noch brauche so brauchst du doch nicht mehr hier hinten so gut hier kann ich dann drum herum gehen so du kriegst sogar eine Fackel von mir so und noch eine machen wir da einen Repeater hin und noch eine so äh halt warum kann ich hier wegen dem Teppich warte mal ich kann das eigentlich auch von unten ansteuern müsste trotzdem gehen den Stein direkt oder ja 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 okay äh wie kommen wir hier jetzt wieder um hier hier auf dieser Seite ah da drüben hier hab ich ja extra so gemacht so das heißt ähm dieser hier kriegt ach mach ich hier auch noch auf nee wir machen das anders hier ich zieh den ein bisschen nach vorne den Stein oder nach hinten besser gesagt das heißt ich mach den hier hin ach man dass die Dinger bei Kies nicht funktionieren so dann ist so traurig Redstone Fackeln hab ich natürlich keine mitgenommen kann ich nur holen hast du mir auch keine gemacht ach wunderbar hab ich nicht gedacht dass du brauchst hab ich gedacht das ist alles auf einer Ebene äh nein 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 die brauche ich schon und essen sollte ich auch essen sollte ich auch auf dem Tisch liegt noch ein Brot rum so ich werde ein System werde ich ähm einfach invertieren das andere werde ich doppelt invertieren einfach wegen der vereinfachten Ansteuerung das heißt äh das hier soll schnell ausgehen das heißt diese Fackel soll schnell ausgehen aber auch lange ausbleiben das heißt wir steuern das so an ähm was wollte ich jetzt ach genau ich wollte mir machen sind wir mal ganz verrückt und machen uns eine Diaschaufel ach so da kann ich ja gar nichts drauflegen an was denn ähm was willst du wo drauflegen nein ich steuere das von da an ist vielleicht besser ja Diaschaufel hier haben wir hier noch ein bisschen Platz beziehungsweise machen wir uns noch ein bisschen Platz ich mach hier auch noch ein bisschen Platz hier stört es ja nicht so das heißt ich steuere das von da an so so also wir müssen uns dann nur überlegen wohin die Bar am Ende kommt so dann machen wir nee wir machen das andersrum so dann bleibt es ja auch lange genug aus auf jeden Fall ja Moment mich stört dieser Kies hier die ganze Zeit so das hier muss ich dann doppelt invertieren naja ich komm da nicht rein hier das gibt's doch nicht ist halt wegen dem aus schnell aus und lange ausbleiben deshalb invertiere ich das ah ok jetzt hab ich mir schon die Diaschaufel gemacht und benutze nicht sonst wollte ich das gar nicht machen also es ist für mich zumindest die einfachste Variante ne so Fackeln wo hast du die Redstone Fackel oben in der Tue oben oben in der Tue da liegt sie gut da liegt sie gut hab ich gedacht das ja ja alles so gut alles gut alles in die Tue oben rein so gut dann äh nee nicht dahinter rausbuddeln ich hasse Kies nicht hinter der Treppe rausbuddeln was machst du denn so ich hab gedacht wir können hier dann so ein bisschen verkleiden mit Zeug und so so ok dann ähm dann kommen hier noch solche schönen Dinger hin dann äh dann äh dann äh dann äh so nein so nicht nein das wird hinterher gar nicht mehr zu sehen sein wenn ich fertig bin das wirst du gar nicht sehen ich weiß ja nicht mal wie weit bleib mal entspannt so wir machen hier einen Block hin so ich weiß ja nicht mal wo die Bar hinkommt ich mach hier einfach nur erst mal ein Loch also von hier steuere ich an ok so ein bisschen mehr weg äh wieso ist hier Kobbel alter Schwede war das ein kleiner Silberfisch ja ja aber ich hab ich hab ja D1 immer griffbereit so dann ähm den Stein sammeln wir noch ein ja ich hab das heißt ich will das hier doppelt invertieren so du nein 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 ach wieso denn nicht wir machen den da hin was haben wir hier Apertit braucht kein Mensch so halt also jetzt momentan nicht mehr gut also den machen wir da hin dann machen wir hier einen Repeater hin damit sich das hier nicht mit dem hier so verbindet das wäre ein bisschen blöd diese Zeiten als wir noch unsere Felder gedüngt haben also dann machen wir hier ey was bist denn du schönes Schwefelwolke wieso ist eine Schwefelwolke direkt in unserem Keller achso ne das passt ja auch nicht das passt ja auch nicht sag nicht ich bin schuld du bist immer schuld so okay gut also was ich will ist ja ist noch viel zu klein die Bar dass das hier angesteuert wird so und da sind wir jetzt glaube ich in meinem Zimmer glaube und das geht nicht also unter meinem Zimmer das geht nicht das ist auch schön da habe ich einen Schnellzugang zur Bar das müssen wir da anders machen das passt alles nicht ach was machst du denn immer Mythos so okay ich will du willst ich will das du willst machen wir das einfach so du willst so ne da kommt er gar nicht hin der muss noch ein bisschen nach hinten aber das kriegen wir hin das kriegen wir alles hin doch schauen wir mir das zu ne eigentlich kann ich das hier sogar machen aber der Block muss trotzdem eins weiter nach hinten damit ich das Timing richtig kriege okay so okay das hier ein bisschen nach hinten so weil sonst kann ich den hier nicht mitnehmen das wäre ein bisschen blöd wenn du den unbedingt dabei haben willst ja will ich so und das ist unser Timing hierfür so der ist standardmäßig jetzt aus der ist an und wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen ähm das Ganze dann immer schön Lichtchen dann dann warte mal so wieso hattest du gerade dein Gleiter in der Hand ja weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht so das heißt wenn ich jetzt jetzt sollte das eigentlich schon funktionieren wenn ich jetzt hier das dann sollte das da ausgehen und das da rausfahren guck mal bitte jo ist eigentlich sogar zu heftig geschaltet ha ich bin ja dazwischendecke gefangen das ist eigentlich zu heftig geschaltet wir können eigentlich überall einen Repeater wegnehmen denke ich dann sparen wir ein bisschen Redstone okay so auch wenn wir davon reichlich haben so 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 jetzt also jetzt ist die Treppe offen jetzt war ja jetzt ist sie komplett dicht ja perfekt gut dann haben wir das System schon mal soweit fertig jetzt müssen wir nur noch gucken dass wir den Hebel irgendwo geheim anbringen das heißt ich muss hier nochmal aufmachen dass ich da rauskomme obwohl ich komme ja auch da raus oder ein geheimer Tierschalter müsste eigentlich auch anbleiben oder ja ich ich habe eine ganz andere Idee wir können doch diese geheimtüren machen ne können wir nicht und zwar äh diese diese versteckten Türen also wir können auch gemacht doch müsste es eigentlich gehen das hier ist nicht new life haben wir hier keine Zimmermannsblöcke das Mod ist nicht mit drin haben wir hier keine Zimmermannsblöcke nein ach man oh HID gucken wir mal unter Hitten nein ist nicht ähm ganz sicher dass wir keine Zimmermannsblöcke haben ach man ja ja wie machen wir das dann ähm es ist ja die Frage ja weil ich möchte das schon so ein bisschen versteckt haben ich glaube ich glaube ich glaube ich habe ich habe vielleicht vielleicht gibt es ja Hebel die versteckte sind also vom Design her äh ja da könnte man Moment ich gucke mal gerade Leather nein Leather ist nicht äh Hebel von Natur gibt es einen Hebel von Natur der schaut ziemlich geil aus also jetzt von diesem kleinen Dings was ich hier sehe von Nature äh Natura ja ähm nein das ist aber nicht der Hebel den ich suche ähm sind nicht die Druiden die du suchst notfalls kann ich es ja auch über einen Knopf steuern wenn man den verstecken kann hier so würde der dann ausschauen warte mal großer Knopf schaut doch auch geil aus oder äh äh nein will ich aber nicht ihr ich habe hier was großer Knopf sieht aus wie ein Stein ach die Dinge die sind teilweise sowas von verpackt ach so das ist nicht gut nein wir können es ja mal probieren aber nee ich würde gerne irgendwie was anderes irgendwas dass wir da ich habe eine Idee Redstone Truhe Redstone Truhe ähm und zwar fällt überhaupt nicht auf wenn hier einfach mal so eine Truhe im Weg steht ähm nein wir können es ja designmäßig machen so ein bisschen das äh haben wir hier ach gab es nicht irgend so eine Möglichkeit dass mit Treppen und sowas wenn man dann genau in eine Ecke von einem Block schaut dass man eine versteckte Truhe aktiviert äh darf ich meine Idee ist gerade äh dass wir wie so eine Art ähm Garderobe oder wie so ein so ein Flurschrank hier machen aber mit Truhen äh okay verstehst du wie ich meine? mhm das heißt so ein bisschen kaschieren dann packen wir da eine Redstone Truhe hin also Doppeltruhe ähm okay ich mach die Truhe nur den Rest okay dann will ich da so ein bisschen Holz drumherum packen dann brauche ich noch Trapdoors also äh Falltüren ne Fall verfall mhm obwohl ich will mal gerade gucken ob es da ähm andere gibt müsste eigentlich ähm so sein ähm Marmor Ruhe des Lipidopterologen was zur Hölle ist ein Lipidopterologe? äh ah hungrige Truhe so schlau bin ich jetzt gerade auch nicht ähm Blutholz ne ich bin nicht so viel Blutholz ähm ach die ist unter den englischen Begriff eingespeichert das muss man ja erstmal wissen äh Duffy hast du äh Dings gemacht? was? ne ähm ähm Truhe so das hier muss man gerade hier weg und zwar stellst du die Truhe bitte dazwischen mhm so ja pack mal auch ein bisschen was rein erstmal ja ja also Müll und sowas ja ja ne weil ich will dann da drunter ich hoffe dass das irgendwie geht warte mal erstmal ein bisschen hier Zeug loswerden weil hier liegt mich noch ein bisschen was rum so dann muss ich gucken dass ich äh ja ja das Problem ist das muss aber auch irgendwie kaschiert werden versteckt werden das soll ja nicht zu sehen sein hier ich hab ne Idee ich weiß wie ich's mache oder ne das geht ja auch nicht lalalalalala geht das auch mit redstone fackeln oder so dass die die unter sich ausmachen mhm nein das würde nicht nicht so funktionieren wie wir das jetzt gerne hätten oh schade büte Truhe lalalalalala lalalalalala grübel grübel und studiere du bist drüben ich bin hier ähm ja unterm cover das würde nicht funktionieren das würde nicht funktionieren weil wir müssen ja hier das signal irgendwie abgreifen ja moment so wir müssen das signal hier abgreifen und dann da rumführen das heißt äh warte mal wir müssen können die einen block überspringen oder hier muss angesteuert werden das heißt wir müssen theoretisch da ähm nein hier muss das geht nach da ne ja das geht nach da das ist unser ansteuerungspunkt das heißt hier müssen wir dran so gibt es hier nicht irgendwie spezial redstone oder sowas das auch zwischen den wänden funktioniert ich wüsste jetzt nicht schade müssen wir mal gucken red äh red stone redstone es gibt landminen das ist doch schön ach schön ja machen wir bestimmt gut bumm ja machen wir noch mal ein bisschen so ne leider nicht leider nicht ne das wird alles nicht gehen redstone forsten damit werden wir nichts anfangen können ne das bringt uns nicht weiter weil wir müssen schon irgendwie warte wir müssen ja jetzt hier irgendwie das was ich jetzt gerade denke das vielleicht funktionieren könnte ist die treppe jetzt offen oder zu offen ne offen offen ja genau dann wenn ein signal drauf kommt geht das ja dann zu redstone ne trap chest schon wieder hier so so dann versuchen wir doch mal was dann will ich hier warte mal wo bin ich lang gekommen da so dann noch ein bisschen redstone aber dann schauen wir mal so das sollte da eigentlich gar nicht mehr drauf greifen so dann zack 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 so und da das ein bisschen arg lang ist müssen wir dann noch einen repeater dazwischen hauen warte mal den weitesten weg müssen wir nehmen hier eins zwei drei vier machen wir uns so viele probleme mit 8 9 10 11 12 13 14 15 das heißt wenn ich den repeater dahin machen sollte das eigentlich völlig ausreichend in beide richtungen so funktioniert so ist es gepowert wieso machen wir uns so viele probleme mit ich dachte jetzt du hast eine redstone truhe gemacht habe ich ja warum geht das nicht ich habe eine andere möglichkeit mal schauen was du zu dir sagst warte mal warte mal ich glaube ich weiß wo es liegt und zwar muss ich da da muss irgendwie redstone drauf hier ich habe eine andere möglichkeit mal schauen was du dir sagst wir machen hier und machen quasi hier einen stein und wenn du jetzt hier die truhe aufmachst sollte es eigentlich funktionieren ja mach es mal auf geh mal rüber ich gucke hier jawoll das geht ja gut und wir sind hier in der zwischendecke äh zwischenwand dann nehme ich das signal hier einfach jetzt nur noch runter ich mache da jetzt eine redstone packel in so das heißt standardmäßig wird sie jetzt erstmal gleich aus sein dann muss ich das gleich noch mal invertieren das wird jetzt zu sein ne ja höchsticht ja das soll es eigentlich auch das soll es eigentlich auch aber wie machen wir es von innen auf und vor allem wie machen wir es dann dass es offen bleibt stimmt äh so reicht die zeit jetzt nicht aus doch ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie warte 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 ich bin rein ich bin drin ethos ich bin drin ja das werde ich aber trotzdem vereinfachen jetzt also die das schön nein ich sag's euch nicht wenn ihr wissen wollt wie es geht wie ich das problemchen hier lösen welche idee ich da habe schaut einfach in der nächsten folge ich sag bis dahin und tschüss haha ich bin auch mal gemein tschüss ich versuch's ich versuch's das ich versuch's du ich versuch's ja schweiz auch ich versuch's für durch dich das habe ich schweiz Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.